Ich hab da keine Zeit für. Ich will doch nur was einstellen. Die Night Owl blablabla blablabla Spürt Feinden ihrer Nähe auf und zerstört aktiv Sprennen. Okay. Cool. Eine Begleiter-Drohne. Oh, nicht schlecht. Okay. So, ich würde sagen, ich nehme ein Sturmgewehr. Ich hoffe mal, das ist vollautomatisch. Wollen wir es mal jetzt austesten oder soll ich einfach YOLO-mäßig hinrennen und hoffen, dass es eine ist? Na, ich dachte, ich probiere es mal lieber aus, wa? Mal gucken. Okay, alles klar. Supi. Finden sie Marken, um zu gewinnen? Jaja, ich weiß wie. Ich weiß doch, wie Abschluss beschädigt geht. Okay. Wo seht ihr bitte schon Gegner? Ich kenne die Map ja nicht mehr. Okay, sie ist relativ quadratisch. Also relativ, sie ist jetzt nicht so lang gezogen. Das meine ich damit. Guckt mich nicht so böse an. Okay. Wo zum Teufel? Ach, es geht hier noch höher. Okay. Aber hier ist auch nichts. Wo sind die denn? Warte mal, ich bin... Achso, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich wäre jetzt als Level 2. Aber geht ja eigentlich. Wo zum Teufel? Wo sind denn alle? Wo zum Teufel sind die? Da oben ist einer. Oh, das gibt es doch gar nicht. Boah, ich dachte, ich hätte es jetzt echt geschafft, einmal den Typen noch zu killen, ne? Wir sind doch eigentlich ein volles Team, oder? Warum sehe ich so wenig Geg... So wenig Gegner. Ey. Oh, warte, ist da gerade einer runtergefallen? Ne. Aha. Erreichen die zwei Abschüsse gedruckt. Oh, fuck. Okay, erreichen die zwei Abschüsse gedruckt, alles klar. Mal gucken, wa? Das war's dann wohl. Und die Feldbefehle verloren. Geil. Ich weiß nicht genau, was diese Feldbefehle sind. Ich glaube, wenn man die... Und? Granate! Ich glaube, wenn man die ausführt, dann... Kriegt man irgendwie, ich glaube, einen Killstreet oder so. So eine Art. Fuck. Okay, mach mich bitte nicht fertig, weil ich so scheiße schlecht bin, Alter. Ne, warte mal. 3-3, oh Gott. Na, immerhin. Haha, wolltest du ihn messern? Oh, da war einer. Hinterher. Nein! Ah! Ich werde hier gekillt und gekillt und gekillt. Oh, mein. Oh, das gibt's... Ey, ich bin irgendwie viel zu langsam. Das regt mich grad mega auf. Warum bin ich so scheiße langsam? Es fühlt sich grad von der Geschwindigkeit an wie Black Ops 1. Und wie... Hat der das bitte gemacht, ey? Ich brauche definitiv Marathon. Oder beziehungsweise... Wie heißt er nochmal? Flink, ne. Äh. Gleichgewicht, glaube ich, hieß es in MW2. Und wieder von... Schön von beiden... Was hat er denn da gemacht? Hm. Äh, ich wollte dich... Ich wollte dich gar nicht werfen. Ah, ne. Ah, ne. Okay. Hä? Mir wurde der Name eben nicht angezeigt von dem. Da ist doch ein... Oh, shit. Mach ich ihn jetzt. Hab ne Idee. Hup. Ob das so ne gute Idee war? Was ist eine Trinity-Rakete? Ich seh keine Gegner. Und das find ich doof. Das Spiel verläuft gerade echt mal mega langsam, ne? Wir haben gerade mal 25 Kills. Beziehungsweise die Gegner haben 25. Oh, shit. Fuck. Oh, nein. Haha. Gib mir mal die hier eben. Hat ja nicht eingebauten Laser. Sieht fast so aus, ne? Oh, shit. Da war einer. Na, da komm ich nicht hoch. Verdammt. Wie? Oh, meine Fresse. Will der mich verarschen? Ich glaub, die Waffe hier ist nichts für mich. Die find ich irgendwie schietel. Schietel. Da mochte ich die Dings lieber. Die Honey Badger. Gib mir deine. Also wie der ja noch keinen einzigen Kill machen konnte. Der regt mich ein bisschen auf. Oh, ey. Mein Teammate springt da hin. Ich dachte, er war's, ey. Leck mich fett. Ja, mal die Bison. Ob das vielleicht besser ist. Hup. Aber die Maps sind hübsch. Also, die sind mal bunt. Das kenn ich gar nicht aus Infinity Ward spielen, dass die Maps mal bunt sind. Also ja, gut doch. MW2 war mega bunt, aber... Bei MW3 haben sie irgendwie gesagt, ne? Wir nehmen die Farben raus. Was zum Teufel? Ich trau mich gar nicht raus. Wo sind... Warte mal. Da ist irgendein. Da hab ich irgendwo auf der Map gesehen. Ja, er steht direkt vor dir, Marcel. Oh, leck mich fett. Aber jetzt weiß ich, was die Leute mit großen Maps so machen. Die Map ist ja verhältnismäßig riesig. Kein Mut, dass ich keine Gegner finde. Geh kaputt. Danke. Oh, fuck. Triff ihn! Nein, ich wollte gerade ne Granate werfen. Ich dachte nicht, dass er hinterherkommt. 10, 12. Ach du Scheiße, ist das schlecht. Was ist das denn? Cool. Was ist das denn für ein Ding? Ah, das ist die Chainsaw. Kann das sein? Okay, ich will die jetzt echt nicht verlieren. Zeitliche Satzkom gesichtet. War mir nicht einer? Oh, und ich bin zu blöd zum Zielen, Alter. Okay. Dieses Kumpel, das ist ja voll merkwürdig. Man kann nicht zielen, sondern schießen nur aus der Hüfte. Ob ich wohl hier noch irgendwo liege mit der? Ja, tatsächlich. Yay, ich hab noch einen Versuch. Oh, shit. Okay, diese komische... Also die Chainsaw ist echt nichts für mich. Aber ich mag auch keine LMGs, wenn ich ehrlich bin. Diese dicken Maschinengewehre, das war noch nie so mein Bier. Wo ist denn der andere? Achso, den hast du. Okay. Danke, wessen Hund du auch immer bist. Fuck, ist er mir hinterher gerannt? Ernsthaft? Er ist mir hinterher gerannt. Er hat das gemacht, was ich machen wollte. Einmal runter, durch und von hinten kommen. Okay. Und wir verlieren. Nein. Oh, fuck. Perfekte Scheiße, weil ich gerade auf die Zeit geachtet habe, ey. Nein, hat nicht gereicht. Ich wollte jetzt so YOLO und wollte dann vielleicht doch nochmal gewinnen, aber... 14, 17, Alter. Das ist ja wohl nicht wahr. Na ja, gut. Okay, warte, wir gehen jetzt mal ganz kurz raus. Ich möchte jetzt endlich mal meine, äh, Klassen einstellen, ja. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ich könnte jetzt theoretisch jede Waffe freischalten? Die AK hätte ich ja gerne, ne? Ähm, aber ich glaube, ich schalte die auch so frei, oder? Oder... Täusche ich mich da gerade? Vielleicht ist die ja ein bisschen besser, wenn ich mal... Oder? Ich weiß es gerade ehrlich nicht. Wie läuft denn das ab hier? Wie läuft denn das ab hier? ha wo sehe ich eigentlich was ich noch alles einstellen kann ich habe noch keine kamen was das sind okay egal okay weiter geht's Was nehmen wir denn? Ich fand ehrlich gesagt aufgeputscht. Irgendwie am geilsten bisher. Wobei ich eigentlich gedacht habe, man kann auch seine Charaktere jetzt bearbeiten und verändern. Oder geht das nur in den Next Gen Version? Ich weiß das leider gar nicht. Ich meine gut, so wichtig ist es mir jetzt nicht, aber... Vielleicht sollte ich auch mal ein taktisches Paket nehmen, damit ich überhaupt mal irgendwie... Was wollte ich sagen? Killsweaks habe. Weil ich glaube, bei Crank komme ich auf keinen Fall zum Hund. Ich bin nicht so gut. Tut mir ja auch leid. Meine Fresse, mach auf. Holy shit. Oh fuck. Hat er ihn? Er hat ihn. Okay, wir gehen woanders lang. Ich habe jetzt schon wieder nur die Hälfte der Zeit. Das ist scheiße. Ich brauche schnell den Kill. Oder ich werde gekillt, weil ich behindert bin. Auch gut. Soll mir auch recht sein. Oh man. Aber Crank macht bisher echt am meisten Spaß. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wie kann ich den nicht getroffen haben? Wie kann er mich getroffen haben? Ja, hm. Klar. Ja, natürlich. Ist ja nicht so, als wäre ich hinter der Wand gewesen oder so. Hä? Oh, komm schon. Geh da rüber. Das gibt's nicht, Alter. Ich überlebe einen verfickten Kill. Danach hätte ich irgendwo von hinten gekillt. Das gibt's doch echt nicht, ey. Ich hoffe mal, es ist unser Doggy. Und jetzt werde ich bei... War das Facebook? Er liegt da hinten auf dem Boden. Ist ja wohl nicht wahr. Wir gewinnen diesen Kampf. Haha. Oh, fuck. Nein. Ich spring direkt in seine Arme, Alter. Ach de Scheiße. Okay, was war das? Nja. Oh, fuck. Okay, wo sind alle? Na, da ist er noch. Einen, na. Den hab ich gar nicht gesehen, Alter. Der hat ja mal den perfektesten Headgear überhaupt hingelegt. War da oben einer drin? Hör auf, weil... Ne. Ich reile das nicht. Wie macht er das? Wieso kann er so schnell strafen und ich bin so langsam, wenn ich ziele? Alter Schwede. Wieso spiele ich überhaupt noch mit der hier? Oh, what the fuck. Oh, shit. Ja. Na klar. Natürlich. Okay, okay. Alles klar. Wieso 101? Oh, da war ja mal richtig schlecht, Alter. Oh, Gott. Wieso 101? Aber er hat einen Doppelkill gemacht, oder was? Eigentlich geht doch 101 gar nicht, oder? Okay, das Sturmgewehr finde ich mal mega scheiße. Bin ich mal voll ehrlich. Das ist überhaupt nicht meine Waffe. Sieht hässlich aus. Klingt kacke und macht auch nicht wirklich so viel Schaden. Und dafür habe ich meine ganzen Trupppunkte rausgeschmissen. Oh, Mann. Okay, ich finde es cool, wie die besonderen Sachen, wie zum Beispiel Dreischuss und so scheiße jetzt gelb hervorgehoben ist, damit man es sofort sieht. Okay, was?